Oscar-Verliererin Angela Bassett, herzzerreißende Reaktion auf Niederlage live im TV Angela Bassett, 64, hat in den vergangenen Jahren viele Oscar-reife Leistungen vollbracht. 1994 wurde sie für ihre Rolle in Tina, Watzlef Gurtotowitit, als beste Hauptdarstellerin und 2023 für ihre Rolle in Black Panther, Wakanda Forever als beste Nebendarstellerin nominiert. Doch beide Male ging sie leer aus. 2023 ging der Preis an ihre Kollegin Jimmy Lee Curtis, 64, als die sie aufgerufen wurde. Waren alle Nominierten zu sehen. Während alle applaudierten, war Bassett die pure Enttäuschung anzusehen. Sie lächelte und klatschte nicht. Der Ausschnitt geht im Netz viral. Die Aufnahme und wie Fans auf ihre ehrliche Reaktion reagieren, zeigen wir im Video. Verwendete Quelle, Twitter.com, Independent Cook. Seit ich mal. Der Ausschnitt ist ein Fertig Der Ausschnitt ist ein Fertig, der ist das. Und ich weiß, dass diese nur an der Art war nicht in mir die Zeit ist. Und ich weiß, dass du dich, du bist du, wir. Du bist schon da, du bist du, Du bist du schon alle verschwenden! Ich bin jetzt hier im Goshst, bist du bist du. Ich bin jetzt der W glue-te Ehrliche, und schmecke. Vielen Dank.